Hallo und herzlich willkommen zu Collins Videos. Heute ist es auf jeden Fall nur eine ganz kleine, aber auch eine große Ankündigung. Und zwar werden vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video kommen, so als Weihnachts-Special auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hab schon alles ziemlich vorproduziert. Brauch nur noch schneiden. Ähm, ja, ich hoffe euch das gefällt das und dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen, im ersten Video vom, wie nenne ich den mal, Dezember-Videos. Ja, von der Dezember-Videos-Reihe. Ähm, ja, schaut dann gerne da vorbei und ciao.